In diesem Video möchte ich die Kneser-Vermutung vorstellen und einen Beweis, dass diese auch gilt. Wir werden dazu zunächst etwas auf Mengenlehre eingehen, wie gesagt auf Grafentheorie. Es wird etwas vermischt und dann werden wir Topologie dazu verwenden, um die Kneser-Vermutung, die wir davor formuliert haben werden, zu beweisen. Wir werden hier nicht auf Beweise der Topologie eingehen, sondern diese lediglich als Hilfsmittel verwenden und ich gehe auch davon aus, dass Zuschauer schon ein gutes Grundwissen in den Nomenklaturen und Notationen in diesem Bereich kennen und haben. Zunächst möchte ich eine gewisse Notation einführen. Die natürlichen Zahlen notieren wir wie gewöhnlich. Da ist insbesondere die Null nicht dabei, das ist aber gar nicht so wichtig. Und direkt darunter sehen wir die Notation für ein natürlich zahliges Intervall von 1 bis n. Das schreiben wir einfach mit so einem 1 Punkt Punkt n in eckigen Klammern. Die Teilmengenbeziehung ist wie üblich in der Topologie eine nicht unbedingt echte Teilmenge von der Notation her. Das liegt sehr stark historisch bedingt daran, dass man hier an der Topologie eben sich dafür entschieden hat, dieses Symbol zu verwenden. In anderen Bereichen macht man auch gerne einen Strich darunter, das kennen Sie vielleicht. Die Potenzmenge von x schreiben wir wie gewöhnlich mit dem p. Andere schreiben pot oder den Bini-Meyer-Koeffizienten hier einfach das p. Und die k-Teilmengen, da schreiben wir da an den Index eben ein k noch dran. Das sind eben genau die Teilmengen von x, die die Kardinalität k haben. Hier wird das immer endlich sein. Und wenn wir jetzt aber eine Familie haben in der Potenzmenge, das heißt wir haben eine Familie von Teilmengen von x. Dann schreiben wir xi für die ite Komponente und für die Vereinigung über jede solche Familienkomponente, lassen wir einfach den Index weg. Das heißt, wir schreiben einfach das Vereinigungssymbol x. Und wenn wir jetzt das Komplement von so einer Familie haben wollen, dann ist das das Komplement der Vereinigung über diese Familie. Das sieht man ganz unten. Dann möchte ich zunächst erstmal definieren, was ein Knesergraf überhaupt ist. Für diesen Knesergrafen werde ich immer ein so gekurftes k schreiben, aber der bestimmte Knesergraf zu n und k ist immer k von n und k. Und das k ist eine natürliche Zahl kleiner gleich der natürlichen Zahl n. Es handelt sich hierbei um einen ungerichteten Graphen mit Knoten, das sind genau diese k-Teilmengen der Zahlen 1 bis n. Und die Kanten sind genau dann vorhanden, wenn wir zwei eben disjunkte solche Teilmengen haben, dann sind die durch eine Kante verbunden. Weil wir eben die k-Teilmengen als Knoten haben, haben wir auch n über k-Knoten. Das ist die Kaninität der Knotenmenge. Als Beispiel, damit man auch diese Definition erstmal verstehen kann, wählen wir hier für n erstmal 5 und k 2. Das ist ja auch kleiner gleich und das sind natürliche Zahlen, also soweit alles gut. Und wir wissen jetzt, dass wir 10 Knoten haben. Die kann man jetzt auch ganz einfach aufzählen. Hier systematisch in einem Dreieck. Die zweite Zahl ist immer in einer Spalte die gleiche. Die erste Zahl zählen wir einfach von jeder Zeile ein bisschen aufwärts. Das sind dann insgesamt diese 10 Mengen in der Knotenmenge. Und damit können wir jetzt auch den Graph zeichnen, wenn wir das uns so schön anordnen. Und jetzt die Kanten eben einzeichnen, wenn die Mengen disjunkt sind. Dann erhalten wir den wohlbekannten Petersen-Graph. Jetzt gibt es aber solche Graphen, die uninteressant sind. Wenn jetzt nämlich das n kleiner ist als das Doppelte von k, dann gibt es keine Kanten, weil diese Teilmengen immer, die haben ja Kardinalität k von n Zahlen, dann müssen die sich immer schneiden. Und dann sind eben keine Kanten vorhanden. Dafür interessieren wir uns nicht. Und deshalb sollen wir jetzt im Folgenden einfach nur solche Knieserkraphen betrachten, wo wir eben n auf 2k, damit das halt mindestens 2k ist, plus ein D setzen. Und das D ist auch wieder eine natürliche Zahl. Damit ist garantiert, dass wir eben auch Kanten haben und die uninteressanten Fälle erstmal außen vor lassen können. Als nächstes möchte ich jetzt erstmal einführen, was eine Knotenfärbung eines Graphen ist. Manchmal auch echte Knotenfärbungen genannt. Und das ist nämlich eine Abbildung von den Knoten in die Zahlen 1 bis n, wenn wir jetzt eben eine Knotenfärbung mit n Farben betrachten. So etwas muss nicht unbedingt existieren. Also nicht zu jedem n existiert jetzt eine Knotenfärbung. Dazu werden wir später aber noch mehr sehen. Und jetzt muss jetzt für Kanten gelten, dass die entsprechenden Knoten, die durch die Kante verbunden sind, die Farben unterschiedlich sind. Und jetzt kommt es eben darauf an, ob es so eine Knotenfärbung oder gibt. Dann nehmen wir die chromatische Zahl eines Graphen, die kleinste natürlich die Zahl m, sodass eben eine Knotenfärbung mit so vielen Farben existiert. Also dass wir den Graphen mit m Farben einfärben können. So eine Zahl existiert auch immer, denn ein Graphen, wir betrachten hier nur endliche Graphen, kann man immer mit so vielen Farben einfärben, wie er Knoten besitzt. Und die chromatische Zahl muss immer kleiner gleich dieser oberen Schranke eben sein. Das heißt, es kann jetzt nicht passieren, dass man unendlich viele Farben braucht, wenn man nur endliche Graphen betrachtet. Als Beispiel betrachten wir hier den Graphen ABC, der eben so einfach verbunden ist. Und hier sieht man direkt, dass man das mit zwei Farben färben kann. Wenn man nur eine Farbe nehmen würde, dann würden sich eben durch die Kanten die Knoten mit gleicher Farbe verbinden. Und das haben wir eben in den Definitionen ja ausgeschlossen. Und jetzt hat sich Knäser das Problem gestellt, oder er hat es eben auch in einer Fachzeitschrift damals veröffentlicht, die chromatische Zahl eines Knäser-Graphen zu bestimmen, also von dieser speziellen Graphenklasse. Das möchte man eben zu den Parametern n und k immer wissen, was die chromatische Zahl ist. Das ist die Aufgabe. Da kann man sich jetzt als erstes eine Färbung überlegen, um eine obere Schranke zu erhalten. Das heißt dann noch nicht unbedingt, dass es tatsächlich diese chromatische Zahl ist, sondern das heißt nur, dass sie nicht größer sein kann. Und wenn wir jetzt eben einen Knäser-Graphen wie eben, damit wir die trivialen Fälle ausschließen, zu 2k plus d als das n und k eben betrachten, dann können wir eine Färbung mit d plus 2 Farben erreichen. Und zwar nehmen wir Farbklassen V, N, K. Das sind desjunkte Mengen V1 bis Vd plus 2. Das ist eben dann desjunkte, die Vereinigung, genau die Knotenmenge von unserem Knäser-Graphen. Wir haben das hier mit dem V von N, K einfach notiert, der Einfachheit halber. Aber das ist einfach nur eine Partition der Knoten in diese d plus 2 viele Farbklassen. In Vi sollen dann, wenn das i kleiner als d plus 1 ist, alle Knoten sein, deren kleinstes Element i ist. Und die sind dann auch nicht desjunkte, denn die enthalten ja dann auch das Element i alle in dieser Menge. Und das ist dann auch soweit schon mal okay. Die können wir also mit derselben Farbe schon mal einfärben in einer solchen Farbklasse. Daher dann auch der Name. Jetzt haben wir aber noch eine weitere Farbklasse. Und das sind einfach alle restlichen Knoten, die wir nicht eben bis d plus 1 im Minimalen Element aufgefasst haben. Und auch da sind die Mengen nicht disjunkend. Und dann, wenn man sich hier unten das Bild anguckt, dann sieht man einfach, dass in, weil wir eben bis d plus 1 mit den anderen Mengen gegangen sind, dass da nicht genügend Elemente übrig bleiben, um zwei disjunkte Mengen überhaupt zu erhalten. Wir haben eben 2k plus d Elemente. Und jetzt haben wir d schon in den Farbklassen v1 bis vd. Und in der Farbklasse vd plus 1 ist ja alles mit einem Element d plus 1 Minimal. Und jetzt haben wir die Elemente d plus 2 bis 2k plus d. Und dann, wenn man da zwei k-Teilmengen draus nimmt, dann müssen die immer überlappen. Das ist hier schematisch mit diesen Klammern unten und den k-Star dargestellt. Und jetzt, wenn wir das auf unseren Petersen-Graphen von vorhin anwenden, der ist ja auch ein Kneser-Graph, dann können wir hier zum Beispiel die Elemente mit der kleinsten Zahl 1 einfärben. Das sieht dann so aus. Das ist eben dieses v1. Dann nehmen wir v2 dazu. Und v3 ist einfach der Rest. Das waren jetzt einfach die Knoten, die wir nicht eingefärbt haben bis dahin. Das heißt, wir können diesen Graphen einfach mit drei Farben färben. Und das ist ja gerade auch d plus 2. Denn wir hatten ja n ist 5, k ist 2 und dann haben wir 2 mal 2 ist 4. 5 minus 4 ist 1, das heißt, dass d ist 1. Und wenn wir d plus 2 haben, sind das eben diese drei Farben. Dann haben wir den Korrelar, dass wir eine obere Schranke für die chromatische Zahl gefunden haben. Und zwar eben d plus 2, weil wir können diese Färbungskonstruktion ja immer machen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob weniger Farben auch möglich sind. Und die Vermutung von Kneser war damals, nein, es ist eine echte Gleichheit hier vorliegend. Die chromatische Zahl muss d plus 2 sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass das sehr schwierig zu beweisen ist. Und darauf möchten wir im Folgenden darauf eingehen. Erst nochmal eine kleine Wiederholung. Also da sind wir jetzt wie folgt vorgegangen. Wir partitionieren die Menge in d plus 2 Farbklassen. Die Kneser-Vermutung besagt jetzt, Partition in d plus 1 Farbklassen ist nicht möglich. Und dann existieren nämlich in einer solcher Klasse zwei Knoten, die des Jugend sind. Und insbesondere gibt es dann eine Kante zwischen denen. Das ist insofern relevant, dass nachher der Beweis darauf aufbaut, das eben zu zeigen. Historisch, 1955 wurde das Ganze von Martin Kneser erstmalig formuliert. 1956 meine ich in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Das kann man dann auch in dem anliegenden Dokument nochmal alles nachlesen. 1978 gab es einen ersten Beweis. Also man sieht da schon eine große Zeitspanne zwischen 23 Jahren. Das ist nicht wenig. Also der Beweis damals von Lassel Lovac, ein sehr bekannter Mathematiker. Im selben Jahr wurde das also direkt auch noch vereinfacht. Es ist meist so, dass ein solcher Beweis, der vor allem hier in dem Fall themenübergreifend ist, sehr schwierig ist zu finden. Aber wenn der gefunden ist, dann gibt es meistens sehr schnell schöne Vereinfachungen und Verbesserungen der Formulierung. Und das Erstaunliche ist, dass jetzt eben 2002 noch durch einen Bachelorstudenten, nämlich Joshua Green, weiter vereinfacht werden konnte. Und das ist auch eben der Beweis, den wir jetzt hier präsentieren werden. Und das ist auch der Beweis, wie man in dem Buch, das Buch der Beweise eben vorfindet. Auf der rechten Seite sehen wir einfach nochmal Martin Kneser. Er ist leider schon verstorben, aber auch ein sehr bedeutender Mathematiker. Die Vermutung von Kneser ist jetzt nochmal, dass wir für einen Kneser-Graphen k zu den Werten 2k plus d und k die chromatische Zahl d plus 2 erhalten. Und das wollen wir jetzt beweisen mittels topologischen Werkzeugen. Und es gibt diesen sehr bekannten Satz von Bosuk und Ulam. Und dieser Satz hier ist äquivalent und tatsächlich etwas älter. Und wenn man interessiert ist, dann kann man aus dem Satz von Bosuk und Ulam diesen Satz hier auch relativ leicht beweisen. Das lassen wir hier allerdings aus. Wenn wir jetzt eine Überdeckung der d-dimensionalen Sphäre haben, wie gesagt, ich setze hier an der Stelle die topologischen Grundlagen voraus. Mit d plus 1 Mengen, sodass die ersten d-Mengen eben offen sind. Das heißt, die Mengen U1 bis Ud sollen offen sein. Und die Menge Ud plus 1 kann offen, abgeschlossen oder auch weder noch sein. Das ist hier nicht verlangt. Und das muss eben eine Überdeckung sein. Das heißt, die Vereinigung muss die ganze Sphäre abdecken. Was nicht gefordert ist, dass die Mengen tatsächlich des Jungs sind. Aber dann wissen wir, dass eine dieser Mengen eben gegenüberliegende Punkte, wenn wir die Punkte der Sphäre in einem Vektorraum als Vektoren auffassen, eben dann x und minus x, der Mittelpunkt soll der Ursprung sein, beziehungsweise dann die 0, dann enthält eine dieser Überdeckungsmengen eben gegenüberliegende Punkte. Und das werden wir in dem Beweis nachher ausnutzen, indem wir geeignete Mengen konstruieren. Und erstmal müssten wir dafür aber eine Verbindung zwischen den Graphen, die wir hier untersuchen, und der Topologie herstellen. Wir nehmen uns jetzt 2k plus d Punkte der Sphäre in d plus 2 Dimensionen, das heißt, die d plus 1 Sphäre in allgemeiner Lage. Allgemeine Lage bedeutet hier eben, dass die Ortsvektoren, wenn wir das eben wieder in diesen Vektorraum einbetten, von d plus 2 Punkten linear unabhängig sind. Aus der linearen Algebra sollte bekannt sein, dass es nicht mehr geben kann. Das heißt, diese Formulierung ist in dem Sinne schon maximal. Wir können nicht fordern, dass es d plus 3 Punkte sind. Wir haben jetzt bis auf Graph Isomorphie einen Knieser-Graphen, in dem wir die Potenzmenge als Knoten auffassen. Wir haben eben die Zahlen 1 bis 2k, plus d betrachtet, und jetzt nehmen wir statt den Zahlen eben die Punkte. Das ist kanonisch Isomorph, und damit gilt das auch für die chromatische Zahl als Graph Isomorphie-Invariante, dass die eben gleich sein muss. Und wenn wir jetzt das für diese Graphen beweisen können, dann haben wir das allgemein gezeigt. Deshalb nehmen wir jetzt eine Partition in d plus 1 Mengen von Knoten, eben von der Knotenmenge, und suchen das Jungte-Knoten in einer der Partitionsmengen. Also die Knoten waren ja eben diese K-Teilmengen unserer 2k plus d Punkte im Raum. Und die Knieser-Vermutung war ja jetzt, dass wir eben solche immer finden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir wissen, wie man die findet. Dieser Beweis ist nicht konstruktiv, wie man auch beim Satz von Lesterneck-Schnirellmann gesehen hat. Da wird nicht gesagt, wie man das berechnet, oder dass man das überhaupt berechnen kann. Das heißt nur, dass die überhaupt existieren. Das ist ein bisschen das Problem mit solchen Beweisen. Aber hat auch etwas Schönes. Wir müssen jetzt als erstes die Sphäre eben überdecken. Das war ja eben die Voraussetzung von diesem Satz. Und jetzt möchten wir für i von 1 bis d plus 1 die Menge oe definieren, als die Punkte der Sphäre, sodass die Halbkugel um diesen Punkt, das ist eine offene Halbkugel, das heißt der Äquator ist nicht dabei. Wir notieren das mit diesem h und dem x unten rechts, als den Pol dieser Halbkugel. Diese Halbkugel soll alle k-Punkte eines solchen Knotens enthalten, von der Partitionsmenge vi. Dieses oi entspricht dann genau dem vi. Dann kriegt man alle Punkte, die eben mit den Halbkugeln die Partitionsmenge umschließen. Und da das offene Halbkugeln sind, ist die Menge oi selbst auch wieder offen. Das Interessante an diesen Mengen ist jetzt eben, und das ist auch die Kernidee von dem Beweis, wenn wir gegenüberliegende Punkte in einem oj finden. Das oj soll jetzt genau eine dieser Mengen sein, für ein bestimmtes j. Das müssen wir halt, wie gesagt, noch machen. Aber wenn wir das tun, dann existieren zwei Knoten in vj. Das oj entspricht ja der Partitionsmenge vj, sodass v1 in h in x und v2 in h von minus x ist. Die aber desjunkt sind, das sind ja gegenüberliegende Halbkugeln, und der Äquator ist eben nicht mit dabei, dann sind die auch desjunkt, müssen auch eben diese Knotenmengen desjunkt, denn die sind ja Teilmengen von den Halbkugeln. Und das ist ja genau, was wir gesucht haben. Das war ja die Knieser-Vermutung. Jetzt haben wir eben eine Überdeckung der Sphäre bis auf so einen kleinen Rest. Und diesen kleinen Rest, den bezeichnen wir einfach mit o Komplement. Das war vom Anfang eben die Notation. Wir nehmen das Komplement der Vereinigung der einzelnen Mengen. Lesterneck-Schnirellmann sagt uns jetzt eben, in einer dieser Mengen haben wir gegenüberliegende Punkte. Wir müssen aber zeigen, dass es in einem der ois liegt. Dann haben wir unser oj gefunden. Und es kann eben passieren, oder eben hier auch nicht, aber es könnte ja sein, dass die gegenüberliegenden Punkte in diesem Komplement liegen. Wenn wir das jetzt aber annehmen, dann enthalten die gegenüberliegenden Halbkugeln Halbkugeln je weniger als k Punkte. Das liegt einfach an der Definition der ois. Ansonsten wäre der Punkt x Teil eines der ois per Definition. Also können wir davon ausgehen, es liegt in keinem der ois, sonst wäre es nicht im Komplement. Und damit müssen diese Halbkugeln eben weniger Punkte enthalten. Dann lägen aber d plus 2 Punkte auf dem Äquator. Weil die insgesamt ja 2k plus d Punkte auf der Sphäre jetzt in den zwei Halbkugeln nicht 2k Punkte sind, sondern in jedem fehlt je ein Punkt. Das heißt, wir kriegen von der 1,5 Kugel mindestens einen Punkt auf dem Äquator, von der 1,5 Kugel mindestens einen Punkt auf dem Äquator und ohnehin die d Punkte, die auf dem Äquator liegen. Wir haben aber vorausgesetzt, dass die in allgemeiner Lage sind. Und jetzt haben wir d plus 2 Punkte in einer Hyperebene. Das ist einfach ein Teilraum, der eine Dimension weniger hat, als der Raum, in dem wir die Sphäre eingebettet haben. Und das ist ein Widerspruch zu unserer Annahme. Und damit ist das Resultat auch schon, dass wir die Kneservermutung bewiesen haben. Denn wir können jetzt nur noch die gegenüberliegenden Punkte in den O1 bis O d plus 1 haben. Wenn wir das Ganze noch visualisieren, hier für einen sehr einfachen Knesergrafen, weil das sonst sehr unübersichtlich wird, vor allem in höheren Dimensionen, sehr schwierig zu visualisieren wird, dann betrachten wir einfach den Knesergrafen mit zwei Knoten und einer Kante dazwischen. Dann sieht man hier auf der linken Seite, wie das Ganze aussieht. Wir haben die Punkte x1 und x2 in allgemeiner Lage. Und jetzt können wir eben da das überdecken mit der roten Menge O1 und dem Komplement. Das ist einfach der Rest. Der ist dann eben auch hier abgeschlossen. Aber das war ja keine Voraussetzung vom Satz von Listernick-Schnirellmann, dass das offen sein muss. Es müssen nur die Mengen O1 bis O d plus 1 eben offen sein. Und das ist hier eben durch die offenen Halbkugeln ja gegeben. Und die offenen Halbkugeln habe ich hier einfach durch eine autogonale Konstruktion gefunden und dann die Vereinigung eben gebildet. Und dann sieht man hier in den gepunkteten Linien eingezeichnet die gegenüberliegenden Punkte. Wenn man allerdings die Punkte nicht in allgemeiner Lage gewählt hat, dann sieht man hier rechts, dass das Ganze schief geht. Dann können eben auch gegenüberliegende Punkte in der Komplementmenge liegen. Aber deshalb fordert man das bei dem Beweis. Und das ist tatsächlich auch keine große Einschränkung. Solche Punkte kann man immer finden. Gehen wir hier aber nicht weiter drauf ein. Und jetzt stellt sich vielleicht noch die Frage, wofür das Ganze denn einen Zweck und Dienst bringen könnte. Und Beispiele sind eben, dass man im Scheduling damit Effizienzabschätzungen machen kann und dass die Beweis-Idee, die hier zugrunde liegt, nämlich die Topologie für ein kombinatorisches Problem zu verwenden, hochinteressant ist und auch sehr fruchtbar weiterentwickelt werden konnte. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb das wohl so lange gedauert hat, um das zu beweisen, weil hier zwei Teilbereiche der Mathematik verschmolzen werden. Und das ist an sich etwas Wunderschönes, aber auch sehr Schwieriges, da die meisten Mathematiker ja eher in ihrem Fachbereich arbeiten. Damit danke ich auch für die Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich noch in einem anderen Video. Und das ist auch für die Aufmerksamkeit. Und das ist auch für die Aufmerksamkeit. Und dann ist es gerade in einer Artik scratching, dass es in der Lage ist. Vielen Dank.